Tauchen Sie ab und holen Sie sich großen Badespaß in die Wanne. Mit diesem ferngesteuerten Mini-U-Boot von Pearl freuen sich große und kleine Kapitäne. Das kleine Unterseeboot ist fertig vormontiert. Nach kurzem Aufladen auf der Basis können Sie zum ersten Tauchgang in See stechen. Zwei getrennt fernsteuerbare Schiffsschrauben machen das kleine Tauchtalent enorm wendig. Elegantes Auf- und Abtauchen gehören ebenso zum Repertoire des volllenkbaren U-Boots wie die volle Fahrt voraus. Besonderes Highlight? Der blaue Scheinwerfer leuchtet Ihnen den Weg bei aufregenden Suchfahrten im Aquarium oder im Gartenteich. Unterhaltung pur, wenn das Mini-U-Boot munter seine Kreise zieht. Am besten bestellen Sie gleich eine ganze Flotte. Unterhaltung pur, wenn das Mini-U-Boot war, wenn das Mini-U-Boot war.